Und so ist es dann doch besser. Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Verwandte, liebe Freundinnen und Freunde unserer neuen Erstklässler. Ich begrüße Sie alle zu unserer Einschulungsfeuer. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind. Und ich freue mich aber ganz besonders auf Euch hier, Ihr lieben Erstklässler, die jetzt hier vorne in der ersten Reihe sitzen und mit unterschiedlichen Blicken zugeher kommen. Manche ein bisschen skeptisch, die anderen freundlich, zugebrannt. Einige haben Flasche, das ist jetzt ängstlich, aber das ist nun mal so. Ich freue mich sehr, dass Ihr zu uns in die Schule gekommen seid.